MKAW Immobilien zählt zu den führenden Dienstleistungsunternehmen der Immobilienbranche. Das letzte Mal habe ich meine Mitarbeiter vorgestellt und heute gebe ich euch ein paar wichtige Immobilien-Tipps mit. Bei einem privaten Immobilienverkauf werden oft sehr wichtige Dinge übersehen. Da geht es schon los, was ist mein Immobilienwert, die Bewertung, wie organisiere ich das, dass meine Immobilien richtig bewertet wird, das Grundbuch, was steht in meinem Grundbuch drinnen, sind irgendwelche Belastungen oder irgendwelche Servedute drinnen. Dann geht es weiter, die Betriebskosten werden sehr oft unterschätzt, weil die meistens oder sehr oft gestiegen haben, weil man nicht die richtigen Betriebskostenabrechnungen hat. Wie schaut der Flächenwidmungsplan aus, wie schaut der Bebauungsplan dort aus, was darf ich eigentlich noch drauf bauen, weil die Wohnungen ist so wichtig, wie schaut das letzte Eigentümerprotokoll aus von der Versammlung. Das sind Sachen, die sehr, sehr oft im Immobilienverkauf unterschätzt werden. Viele Privatverkäufer unterschätzen den Aufwand und haben nicht die erforderlichen Sachkenntnisse bezüglich Immobilienbewertung. Unsere Empfehlung, lassen Sie sich professionell beraten. Wir von MKRW Immobilien begleiten Sie gerne von der Wertermittlung bis zum Notartermin. Schenken Sie uns das Vertrauen und nützen Sie unsere langjährige Erfahrung.